Liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Awesome Outs, diesmal mit dem Düring und dem... ...Gurby. Der ich spiele gar nicht mit. Dem Alice. Ja, wir spielen von den Franzacken Leo. Wer ist Gurby? Der Gurgi ist Gurgi. Keine Ahnung, wer das ist. So. Ja, du renderst ja auch. So, also wir haben hier... Was kann ich jetzt? Tonksnash. Soll ich habe einen Hook? Was? Mein Name lautet. Ich habe einen Hook, Alex. Bombaaaard. Bombaaaard. So, und ich habe Invis. Hommaaage. Hommaaage. Cool, ich kann fliegen. Oh, Magnifique. Habe ich irgendeinen... Alex hat irgendeinen super Jump? Nicht, ne? Ich frag den Alex immer, weil das Alex sein Main ist. Hallo, Lightning. Die explodieren irgendwann nicht cool, ja. Oh, lol. Ja, stimmt. Ist ja voll gut. Boah, nah kam es die Scheiße. Warte, warte. Den ficken wir, den ficken wir. Komm, killen wir. Warte, ja, ich habe... Hashtag abgehoben. Wink den! Muss weg, sorry. Jaaaa! Jaaaa! Success! Ich muss weg, sorry. Alte, leck's von mir. GANZ! Promage! GANZ! Geiler Porteur! Wecker nicht unten ist das S. Dette Porteur! Back on! Kann kein Französisch, aber egal. Soll ich gar nichts glauben? Kein Französisch, aber ich kann es nicht so gut. Ich weiß nicht, was er sagt. Ne, er hat irgendwas mit Black Porteur gesagt. Back on Porteur! Oder irgendwie so. Back on Porteur! Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht, ich mag die Sprache französisch nicht. Ich auch nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wenn ihr sie nehmen sollt, dann nehmt sie nicht. Ja. Einfach unnötig. Unnötig. Schau mal da. Das wusste ich nicht, das ist in der 6. Klasse. Das weiß man einfach nicht. Damals. Back on Porteur! Hallo Gergi! Habe ein bisschen. Da habe ich gesucht. Warte, ich kann einsaugen, oder? Jetzt! Ich habe ihn hergezogen. Jaaaa! Oh, der andere ist auch so gut. Back on Porteur! Alle Zuschauer müssen jetzt klatschen, bitte. Danke, danke. Rommage! Rommage! Der Tankling hat in meinem Pool geschoben. Ich habe das Gefühl, es wird ne kurze Folge. Ja, ich auch. Pushen, Alex, pushen! Ich meine, das Gefühl nicht, dass die Musik etwas zu laut ist. Mach leiser. Wird die ganze Zeit Telefon? Bäusche. Wohl, ne, ist passt. Ich kann wieder einsaugen, Roman. Die Sounds sind halt extrem. So misspassen. Ja, jetzt habe ich die Sounds ein bisschen leiser gestellt. Wollen wir warte, dass die Dugging liegt einfach. Also pushen. Ja. Der weiß, dass du da bist. Das ist nicht cool. Schau gehen. Loll, ich wollte den nach oben holen. Das ging nicht. Hey, bot lane oder was? Bot lane, ja. Ja, passt schon. Aber ich habe ganz schön damage kassiert von denen. Das ist Double Scheiße. Das ist Double Scheiße. Pushback. Hallo, Gurlaki. Suflaki. Hi. Gurlaki, Suflaki. Hier, kriegst du Slowfeld. Danke. Bitte. Ach, Grüße gehen raus und alle hacken natürlich. Standard. Oh! Ich habe den Power gezogen. Jaaaa! Der nächste. Der Pull ist richtig geil für Leo. Der ist richtig geil. Muss ich gleich mal hochpullen. Damage? Damage cool. Natürlich. Range hoch. Sag, mein Pull hat es mehr in der Range? Oh, ja, die ist schön. Oh, einer. Let's play. Awesome Nauts. Ah. Bot turret under attack. Komm, wir müssen es pushen, Pop. Aha, Pation. Die Bot. Ich brauche diese E-Dinger. Boah, sie sind immerhin stark, Alter. Nein. Wir haben gerade beide versucht zu pullen. Beide nicht getroffen, Alter. Ich brauche die E-Dinger. Halt. Oh, Mann. Oh, sorry. Halt. Oh, Mann. Oh, Mann. Keine Absicht. Mir lag zu hässlich, Alter. Ah, Gott sei Dank schon. 90%, Alter. Wie viel Ranger hat das jetzt? Ach so. Ja, ich glaube ich. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hm, was machen wir denn jetzt? Erstmal Move Jump. Ja, eigentlich würde ich mir Vorteile nehmen. Ich nehme mir. Ich komme sofort. Oh, ich wollte grad pullen, ey. Jawoll, so geil. So ne krasse Kompos ist. Das ist ne richtige Kompos. Ich pull ran, du machst dein Feld. Es wird ne kurze Folge, meine Freundin. Leute, hier ist er nach. Wir pushen Bot Tower. Das ist ein Mehrwert. Ja. Schön, Alex. Ja, ja, muss ich rum. Hab ihn. Nice. Wir holen uns zusammen für den Bot. Der will uns pullen. Du weißt. Schön, Alex. Boah, ich hab über richtig gedrückt. 650er reingehauen. Ich darf einfach top. Der Turbo ist perfekt zum Death-Deck, ja. Kann so gute Death-Skills machen. Den Spielst du eigentlich eigentlich? Den hab ich noch gar nicht. Der ist richtig stark. Ah, das ist der. Doch, kenn ich. Das ist der mit dem Schuss so hart. Ich mach einfach 650 Schaden. Ich geh mal base. Ich kann shoppen. Damage hoch, Attack-Speed hoch, Damage hoch. The second hit. Okay, komm. Das ist so hoch. Was haben wir hier noch? Damage von der Zunge. Bin mal da, Düring. Oh Gott, das ist der andere Raum. Das ist der andere Raum. Ja, ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Der kommt von hier. Wombat von hinter dir. Hallo. Er hat nen Double. Ja, das ist jetzt unsichtbar irgendwo. Ja. Ja. Komm, stell ich mal nen Double neben, den ich mir vergolfen habe. Bam. Bitte, bitte. Komm. Komm. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wusste ich gar nicht. Komm, ich komm. Dann hast du ihn. Hab ihn. Double kill. Nice. Ich muss gegen die Porten kann, Alter. Leon ist cool. Das ist nice, gell. Ich meinte, das letzte Folge mit Lowdown sehen. Da wurden wir auch nicht geowned, aber heute ist andersrum. Letzte zwei Folgen wurden geowned. Ne, ne, ne. Doch. Ne, sind bisher erst zwei Folgen raus. Die erste haben wir gewonnen. Echt? Nein, drei Folgen. Ne, zwei. Nein. Doch. Nein, zwei. Was? Froggy G und Lone Star. Und jetzt ist der Leon, das stimmt. Okay, dann. Komm her. Ich stehe ein 1-1 von Vincent Losses. Woah. Nein, es wird Teleport, es wird Teleport. Check. Loil, du hast die weggewordet von mir. Ja, das ist mein Teleport. Nein. Der muss sich eigentlich andersrum platzieren. Ich platze ihn mal hier. Damage. Hoch damit jetzt. Warte, ich platze ihn hin. Frommage. Sag doch mal Frommage. Warte, hier ist einer. Ja, scheiß du. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn gehabt. Das finden wir nicht. Komm rein da, Alex. Auf ins Scoop. Oh shit. Warte hier? Hier ist er, hier, unten ist er. Aber ich helfe Jürich schnell. Schade. Ach, der hat Schade. Ich stack, ich stack, ich stack, ich stack. Ich hab Angst. Vielleicht da oben. Boah. Ich muss mir die kleinen Viecher holen. Ich muss jetzt weg. Ich hab mich nach unten geportet. Ich hab mich nach unten geportet. Das ist so geil, der Kerl. Ich setz jetzt ein Teleport auf meine Base. Mach ich. Ich hab jetzt fünfte Bus in den Lebensraum. Nice. Sollen wir nicht mehr leben? Der kann einfach so ein Probelle ausholen. So cool. Er ist in der Taubung. Dann drück ich den erstmal so ein Ding rein von mir. Nochmal. Noch ein, oh Gott hinter uns, Thomas. Kommen wir Leute. Hui. Schnell weg. Ich hab den. Schön. Pass auf, der ist unsichtbar da. Oder ist er tot? Der ist unsichtbar. Aber der kann ja nix machen. Gegen uns drei. Hier unten ist er, hier unten ist er, hier unten ist er. Willkommen, Willkommen, Willkommen. Woll komm her, komm her. Ich bin unsichtbar, ich bin unsichtbar. War eng. Definitiv eng. Aber schön leider, schön. Was? Sorry, man. Ne, komm, wir haben das mal. Boah, hilflicher Odo. Was ist denn der erste Spell, die erste Weiterung von dem Unsichtbar-Sein-Alex? Mach ich dann Damage beim ersten Auto-Attack? Weiß ich nicht genau. Ich glaub, du machst mehr Damage schon. Boah, hab ich irgendwann gegeben. Warte, komm mal hoch. Pass auf, warte, warte, warte. Ich hab halt nicht mehr so viel Leben leider. Hallo. Ah, fuck. Komm, ich komme. Der kommt von hinten, auf mich wahrscheinlich. Nee. Jawoll. Ich hab ihn gepullt, hab ihn gepullt. Das war so klar, ey. Ja, Double Kill. Boah, ist der starke Leo, Alter. Oh, Bads wird gepusht. Komm mal, Tier. Naja. Okay, Abit. Nice. Und weiter. Null Chance gegen uns, Alter. Nee. Wir müssen nochmal pushen, Alter. Ja, das stimmt. Wir müssen recht machen. Wie komm ich denn da hoch am ist? Oh mein Gott, ich muss echt so... Die Mecklen haben wir noch nie gespielt, gell? Doch. Nee, ich noch nicht. Ich hab schon Endorf gespielt. Ich nicht. Ich kenn die noch gar nicht. In der Aufnahme haben wir sie auf jeden Fall auch noch nicht gespielt. Oh shit. Da ist Leon gewesen. Ich hab ihn hinterher schon. Hab ihn angepullt. Gut. Jetzt pushen wir mal. Versuchen wir mal was zu reißen. Och. Das hat aber wenig gelebt. Unsichtbar und hingehen. Ich bleib bei unsichtbar stehen. Schaut sich so aus, wenn wir mehr sind. Ach scheiße, mein Teleport ist da oben. Können wir jetzt drangehen? Ja, shit. Alter. Nein. Bot, Leute, Bot. Egal, wenn wir top pushen, ist perfekt. Einfach weiter drauf, weiter drauf. Ja, wir können nach auf den Nexus sogar. Oh, egal. Ich hab deinen Money geholt. Gut, fast. Zu push, dass ich gestorben bin. Ja. So, mehr Attack Speed, mehr Damage. Boah, jetzt kann ich gescheit fliegen, Mann. So, mein erster Tod jetzt. 4-1 stehe ich. Käff dir. Slow-Feld. Oh, Mann. Mein erster Tod. Ja, hatte ich auch gerade. Fühlt sich gar nicht schon schlimm, Mann. Kann ich dir sagen. Hehehe. Axan. What do you mean, Axan? Ja. Axan. What do you mean, Axan? Na, warte. Ne, das hab ich verstanden. Das hast du aber auch verstanden. Axent, oder? Axent, ja. Ich kann jetzt keine Viecher beschwören. Axent. Welchen Axent meinst du? Oh mein Gott, die Zunge aber war. Axaaah, Wirdschutz-Taggel. Heavy Damage. Heavy Damage. Heavy Damage. Äh... Heavy Damage passiert. Welches Level seid ihr jetzt eigentlich heute? Keine Ahnung. So sieben oder sechs oder acht oder irgend sowas. Warte mal, Alex, ich mach's zu Ende krassen. Warte. Bitte, Alex. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ich hab ihn vollen Tau gepult. Axaaah, bitte bitte. Loll, der ist fast tot. Der ist fast tot. Der ist halt leider wieder unsichtbar geworden. Ja, ich hab's gesehen. Das war sehr, sehr eng. Axe. Hilf mir. Den klatschen wir schnell. Weggesnipert. So schnell auf den Nexus. Bot waren zwei gerade. Einer ist noch bot. Warte, ich sitz mal teleportieren, Alex. Ich sitz mal teleportieren. Schnell, 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 schnell. Einer ist noch bot. Ich lass ihn nicht weggehen. Ich lass ihn nicht weggehen. Ich lass ihn nicht weggehen, obwohl ich sehr low life hab. Buddy, join your channel. Ohhhh. Hallo, Buddy. Moritz, wir sind gerade mit den Aufnahmen vergessen, den Channel zu wechseln. Aber ist egal. Tschüss, tschüss Leute. Ja, schön. Aus und aus. 52. Ohhhh. Schon ein nettes Ründchen. Dann zwei Games gewonnen und eins verloren bis jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal drehen bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.